Hallo ihr Dragon Ball Legends liebenden Menschen da draußen, mein Name ist Drenka und wir haben wieder ein Weekly Update bekommen. Es ist nicht sehr viel, es ist relativ klein, um ehrlich zu sein, aber fein. Dementsprechend gehen wir mit dem Video auch schnell durch. Kleiner Reminder an der Stelle, nächste Woche Videos und Stuff am Dienstag, haltet die Augen offen. The Legend Toshi wird da neue Inhalte, als auch vielleicht, hoffentlich, sehr wahrscheinlich. Einen neuen Charakter vorstellen und dementsprechend werde ich euch gleich nochmal einen kleinen Tipp geben. Oder ich kann es auch jetzt geben, spart CC, gebt die jetzt nicht aus. Wir haben ein neues Banner, ein Bait-Banner sozusagen, aber es hat auch eine gute Funktion. Aber lasst euch nicht täuschen, behaltet die CC, behaltet sie. Zweite Sache, ich werde nächste Woche Mittwoch wohl kein Video bezüglich Legends hochladen können, da ich da verhindert bin, aber es wird wohl am Donnerstag sein, dass ich ein Video machen werde. Hoffentlich auch hochladen kann und da werden direkt die Summen zu dem neuen Charakter, wenn er nah erscheint, auch mit inklusive sein. Dementsprechend, halt die Augen offen, wir sehen uns. Kommen wir aber nun zu unserem Update. Was ist alles dazugekommen? Wir haben, ich hoffe ihr habt es nicht vergessen, gestern wurde announced oder gestern konnte man in seiner Geschenkbox die ganzen Sachen hier rausholen. Ich hoffe ihr habt es getan, lasst es nicht verfallen, das hilft euch weiter. Ressourcen, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Und kleine Updates wurden hier an der Stelle gemacht bezüglich der Tauschbörse und des Ausrüstungsmedaillen, Lineup, wurde was hinzugefügt. Diese Events hier sind dauerhaft verfügbar, ab dem 22.12. Das kann also jederzeit gespielt werden. Dann wollen wir uns daran erinnern, was ist jetzt mit Legends Weekend, dass ihr euch da einfach jeden Tag einloggt. Ihr könnt ein paar gute Sachen abstauben, unter anderem halt die 100 Siegkraft-Multiplikatoren für einen Legends Limited Charakter. Also haltet euch ran, einfach nur einloggen und die Medaillen sammeln, das reicht schon. Ultimension Rush, ja, ist eigentlich nur folgendes dazugekommen. Hier einmal die Ausrüstung von, ja nicht von Vegeta, aber wo Vegeta halt dabei ist. Ich werde seit langem wieder richtig randalieren, Nummer 1. Kino-Version Saga und Saiyajin, so ein Broly kann sich darüber freuen, als aber auch diverse andere Charaktere von Kino-Version, die sehr auf Verteidigung setzen. Ganz nett, ganz nett, würde ich auf jeden Fall dem regulären vorziehen. Das Weitere ist jetzt gar nicht hier ersichtlich, aber glaubt es mir, es wurde Vegeta, der GT-V-Geta, der gelbe hinzugefügt. Den könnt ihr euch jetzt mit den Medaillen auf Senkai 7 hochstufen lassen. Und wenn ihr den spielen wollt, könnt ihr den dann entsprechend mit Senkai 7 spielen. Ein neues Turnier der Kraft findet statt. Wir haben, ja, das Übliche, es ist jetzt nichts Neues, was jetzt dazukommt. Ihr könnt die Titel holen, ihr könnt euch hier gut Stuff holen. Hier sind die Belohnungen zu sehen. Ich muss sagen, mein Team war jetzt letzte Season nicht so stark gewesen. Ich hatte vorgehabt, halt die neuen Charaktere zu spielen. Heißt Goku, Vegeta als auch Trunks in einem Team. Und da ist ja nur eine Option wirklich sinnig, dachte ich mir. Vegeta-Clan war nicht so gut. Ich glaube, ich bin, wenn ich Pech habe, ich habe noch nicht reingeguckt, 10.000 oder so. Ey, es war so shitty. Dafür halt letzte Saison mit Kino-Version Saga. Also davor die Saison. Kein einzigen Tod. Yay, war super. Wir haben eine neue mächtige Ausrüstung dazu bekommen. Kino-Version Saga Lila. Yes. Für den Boy. Für die Blue Boys. Und einfach nur zu empfehlen. Auch für den Lila Gohan. Das ist, also am Anfang war es halt so, da warten wir nur hier die, die ein paar. Und wir dachten uns, hä? Wo sind die restlichen? Was soll denn das? Ja, aber wurde halt Step by Step hinzugefügt. Hätten sie vorher mal kommunizieren können. Aber wollten sie wahrscheinlich nicht. Hier haben wir die neue Info zu dem Line-Up. Wir haben ja hier dieses für PvP, das Pick-Up, Line-Up. Dann haben wir Stufe Z und S und so weiter und so fort. Hier hat sich eigentlich nur verändert, dass Broly Sheila Assist dazugekommen ist. Zu dem Pick-Up-Line-Up heißt, die kriegen zugefügten Schaden 20% ab und Schlagfernverteidigung 15%. Also diesbezüglich keine großen Veränderungen, könnt ihr jetzt sehen. Hier ist neu angezeigt, aber bei den anderen, ja, seht ihr, keine Veränderung. Dann sind natürlich hier immer ganz aktuell mit am oberen Ende dabei die Banner, wo man halt zusammen soll. Ich hoffe, ihr habt die Umfrage gemacht. Ich hoffe es für euch. 250 Don't CC sind da zu holen. Also gebt euch Mühe und schreibt die Wahrheit hin, was euch da an Legends gefällt und was nicht. Sehr hilfreich für die Entwicklung des Spiels auf jeden Fall. Unser neuer Gegner für den Festuary Raid ist Zamasu Corrupted. Selbe wie bei den anderen, das sind die Charaktere, die mehr Schaden zufügen. Trunks und die Goku Blacks, beziehungsweise Zamasu Goku Black Assist. Ja, ist jetzt nichts dramatisch Neues. Ihr könnt euch da hier die Medals holen, als auch die silbernen Dinger hier. Also nichts Spannendes. Macht es. Holt euch die tausend Zeitkristalle und denkt dran, es rechtzeitig zu machen. Das ist zeitlich limitiert, je nachdem wie viele Leute da diese Kämpfe bestreiten. Ist er schnell besiegt oder nicht so schnell besiegt. Dann was relativ Interessantes. Wir haben eine Ankündigung. Er strahlt als stärkste Gilde des Universums 2021. Komisches Universum an der Stelle. Ich würde mal eher sagen, das ist das Jahr, was die meinen. Und ihr haltet jetzt doppelt so viele Gildenmünzen wie sonst als Saisonbelohnung. Und ihr erhaltet jetzt zehnmal so viele Gildenmünzen wie normal als Abschlussbelohnung. Heißt, macht auf jeden Fall die Gildenbelohnung als Gilde, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Also die Titel, muss ich sagen, die jetzt dazugekommen sind, stärkste Gilden oder das stärkste Gildenmitglied im Universum 2021. Das hört sich schon lecker an, aber ist halt wie so ein Fußballteam. Man muss halt als Verein, als Mannschaft da rangehen an die Sache. Alleine kannst du nichts reißen. Das ist einfach nicht machbar. Dann haben wir einen Sale. Ich bin nicht so der größte Fan von den Sales. Ich kann jetzt nur sagen, das ist halt das beste Angebot, was es überhaupt gibt. Dass man für den Preis von 3,20 Zeitkristallen halb tausend kriegt. 8,99 sind es, glaube ich. Also kann man machen, wenn man Geld reinstecken will. Aber das ist, wenn mit das Einzige oder der Missionsplan, das ist auch noch lohnenswert. Ansonsten die anderen sind einfach Trash. Wir haben halt dieses Banner hier. Legends Limit Break Banner. Und das ist halt das Ding, wo man jetzt abwägen muss. Geht man rein, geht man nicht rein. Die Banner aktuell geben sehr viele Siegkräfte. Dementsprechend kann es sein, dass ihr aufgrund dessen, dass die Banner auch sehr breit gefächert waren oder sind, sehr viele Charaktere auf hohen Sternen habt, weswegen es sich nicht lohnt oder dieses Mal nicht lohnt, unbedingt dort reinzugehen. Allerdings Z-Kraft-Multiplikatoren für LF-Charaktere, 600 Stück, das könnte schon sein. Aber es kommt darauf an, wie euer Line-Up an Charakteren so ist. Und dementsprechend müsst ihr selber abwägen. Und ich glaube, es ist der beste Weg, dieses Mal das Ganze ausfallen zu lassen. Ansonsten, wenn ihr CC übrig habt, könnt ihr jederzeit immer da reingehen. Aber dieses Mal bitte vielleicht eher nicht. Es wäre nicht so sinnig, dort die CC zu lassen. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, die zwei sind auch wieder da. Der Lille-Ne-Buhan als auch der Great Cyberman sind jetzt wieder verfügbar. Das heißt, ihr könnt sie auch auf 7 Sterne Rot bringen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr es gerne machen. Kommen wir nun aber zum Haupt-Event oder zum Haupt-Event doch, kann man sagen, von diesem Update. Nämlich Senkai von Broly und Shilai Assist. Und zwar können wir den einfach wie die anderen Free-to-Play-Senkai. Das ist es ja Gott sei Dank jetzt, die alle jetzt rauskommen, alles Free-to-Play. Was er kann, gehen wir gleich drauf ein. Das sind die Events. Wir können halt im Super-Serien-Kampf den Boy auch schon Senkai erwecken und kriegen dafür halt die 3000 Erweckungssiehkräfte. Wir kriegen bei den Missionen seine Erweckungssiehkräfte. Und ja, eventuell auch durch die Beschwörung. Aber das würde ich nicht empfehlen, da es Free-to-Play ist. Und einfach warten, ihr habt ihn dann. Ihr habt ihn dann. Nach einer Woche oder zwei seid ihr dann auf Senkai 7, das reicht dann auch. Ihr müsst da keine CC reinbuttern, gerade jetzt, wenn es Jahresende jetzt hier der nächste Festival-Charakter, der jetzt rauskommt. Als auch gegen Jahresende kommen vielleicht auch nochmal welche raus. Also spart mit euren CC und wirtschaftet gut. Was noch aber zu erwähnen ist, ist, dass hier wird zwar Senkai Ultra-Dimensions-Rush angezeigt, er ist aber noch nicht da drinnen. Er wird erst am 4.1., wie es hier steht, zu dem Line-Up dazukommen. Also wundert euch nicht, wenn er nicht dort dabei ist. Wollen wir aber mal sehen, was der Boy so drauf hat. Und zwar, er hat natürlich das erste Schlagangriffstyp. Kinoversion Saga ist alles klar. Mädels, Friesar, Meets, Sains, klar. Er fügt enormen, extremen, anstatt enormen Schockschaden zu. Mit seiner Hauptfähigkeit zieht er eine super Angriff-Künstekarte, regeneriert 50 Ki. Eigenschlag-Schaden wird um 40% hochgeschraubt für 20 Zeiteinheiten und der eigene erlittene Schaden um 20%. Down, aber ist nicht eliminierbar. Das heißt, er bleibt. Bedingungen nach 15 Zeiteinheiten. Vorher war es hier bei der Super-Attacke, war es halt nur eine zufällige oder ein zufälliger Effekt, der genutzt wird. Jetzt sind es zwei. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ähnlich wie bei Zamasu. Es ist halt schwer damit, das zu predikten für den Gegner, klar. Aber für einen selber weiß man auch nicht, kriegt man jetzt das oder jenes ein bisschen schwierig. Was aber bleibt, ist, dass man die möglichen Folgeangriffe, wie man hier Schlagfern-Super- und Spezialangriff tätigen kann, das bleibt einfach. Und er hat eine Fernangriffspanzerung, das ist auch viel wert. Nehmen wir auf jeden Fall an. Zwei ist immerhin besser als eins, logischerweise. Was bufft er aber? Element Blue und Freezer Armee. Können wir uns gleich mal angucken, was es da für Charaktere gibt. Ich glaube, es ist relativ beschränkt, was das angeht. Ansonsten haben sie nur ein bisschen hier an den Werten geschraubt. Das ist jetzt nicht viel mehr. Was sind aber seine zwei Fähigkeiten? Verborgene Kampfkraft. Zu Beginn treten folgende eigene Effekte in Kraft. Macht Immun gegen Attributsabzüge. 30 Zeiteinheiten nicht eliminierbar. Erlittener Schaden 10% down. 30 Zeiteinheiten nicht eliminierbar. Und Erlittener Schaden 10% down. 60 Zeiteinheiten nicht eliminierbar. Also zu Kampfbeginn selbst kriegt er halt für ein paar Zeiteinheiten, für eine halbe Minute, diese Immunität. Als auch Erlittener Schaden um 20% down. Dann nach 30 Zeiteinheiten ist es nur 10. Ja, netter Buff. Kampf für einen Freund. Bei jeder Konfrontation mit dem Gegner treten folgende Effekte in Kraft. Key des Gegners 15 down. Eigener Schlagschaden 15% ab für 10 Zeiteinheiten. und eigene Kosten für Schlagfernangriffe 2 down für 15 Zeiteinheiten. Ist jetzt die Frage, kann sich das stacken? Ich denke, vermute jetzt mal ja. Müsste man aber sehen, wie er sich im Kampf macht. Er ist jetzt auf Papier jetzt nicht so überzeugend. Müssten wir halt abwarten, wie er sich so im PvP macht. Aber es ist eine kleine Anpassung an die jetzigen Meter. Aber er wird halt nicht so OP sein, würde ich jetzt mal sagen. Was ihn halt ausmacht, sind seine Dragon Ball Steel Fähigkeiten. Beziehungsweise Shilai macht es ja eher nicht. Er packt den Gegner auf den Nacken. Mal abwarten. Wie gesagt, was und warum er sich gut machen sollte, werden wir alles sehen. Da er ja Freezer-Armee bufft mit seiner Senkai-Fähigkeit. Und zwar dem blauen Typ. Können wir uns hier mal anschauen, was er so alles bufft. Und ihr seht, es ist nicht sehr viel. Es ist tatsächlich sehr stark begrenzt. Also wenn man den Nappa hat, ich habe ihn nicht. Dann kann man ihn auf jeden Fall für ihn nutzen. Aber ansonsten, da fehlen einfach noch welche. Also wenn dieser Freezer hier seinen Senkai bekommt, okay, bufft er sich vielleicht mit ihm zusammen, dass man ihn an ein Team steckt. Aber er ist halt sein eigener Buffer und gibt halt nur sich selbst diese Fähigkeiten. Und also diese erhöhten Stats. Und das war es. Also so überzeugend ist das dieses, was er bufft, zur Zeit jetzt noch nicht. Aber warten es mal ab. Was meint ihr? Kommt da noch was dazu? Können wir noch einen Freezer-Armee-Charakter erwarten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, Video liken, abonnieren, wenn ihr den Kanal so erschützen mögt. Und vielen Dank. Das war es tatsächlich. So viel zu dem Weekly Update. Es war jetzt relativ wenig, aber es war ganz okay, was so kam. Wir können nächste Woche mit mehr rechnen auf jeden Fall. Und diesbezüglich verpasst am Dienstag nicht das Videos & Stuff von The Legend Toshi himself. Dort wird er präsentieren, was wir alles so am Mittwoch erwarten können. An Events, an Charakteren. Werden wir alles dort dann sehen, falls ihr es verpassen solltet. Am Dienstag, ich denke mal, es werden einige YouTuber Re-Uploads hochladen. Schaut das an Osaru. Er ist ein sehr bekannter Streamer und YouTuber, was Dragon Ball Legends, Dokkan und so weiter angeht. Schaut gerne bei ihm vorbei. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht es gut. Habt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend oder Nacht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, seid schlau und spazisis. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.